Mein Name ist Peter Waller. Ich leite das Freud-Can-Be-Lab. In diesem Labor schauen wir quasi mit Hilfe neurophysiologischer Methoden dem Gehirn bei seiner Arbeit zu. Wir sind sehr davon überzeugt, dass das Gehirn viel mehr weiß, als es dem Bewusstsein gegenüber zugibt. Mit diesem objektiven Messverfahren wollen wir an dieses Wissen herankommen. Jede Elektrode hat selber noch für sich einen kleinen Verstärker drinnen und das sieht man an diesen Lämpchen, die hier aufleuchten, misst auch gleich den Widerstand. Je geringer der Widerstand, desto besser ist die Verbindung zwischen Kopf, Haut und Elektrode. Die Türen dieses Labors stehen selbstverständlich Studierenden der Psychologie als auch aller anderen Disziplinen weit offen. Genauso Kolleginnen und Kollegen. Wir sind herzlichst eingeladen mit uns zu kooperieren.